Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du die Fachliteratur findest, die in deinen Lehrveranstaltungen empfohlen wird? Dann bist du hier richtig. Im letzten Video haben wir von der Mittelalter Germanistik dir gezeigt, wie du den Standort eines Buchs im Bibliothekskatalog herausfinden kannst. Und wir haben dir erklärt, was eine Fachbereichsbibliothek ist und warum sie besonders wichtig für dein Studium ist. In diesem Video gibt es jetzt Tipps für deinen ersten Bibliotheksbesuch. Weil unsere Fachbereichsbibliothek der Germanistik kleiner ist als die SUB, funktioniert sie etwas anders. Sie hat zum Beispiel nur von Montag bis Freitag geöffnet und schließt schon früher am Abend. Aber es gibt noch mehr, was du vor deinem ersten Bibliotheksbesuch wissen solltest. Das deutsche Seminar befindet sich in den Gebäuden des ehemaligen Universitätsklinikums. Die hübschen am Zentralkampus sind dir bestimmt auch schon aufgefallen. Auf den ersten Blick wirst du aber nicht bemerken, dass hier früher operiert wurde. Das Gebäude des deutschen Seminars heißt heute nämlich Jakob-Grimm-Haus. Es hängt sogar eine Plakette der Brüder Grimm am Eingang zum Seminargebäude. Denn wir verweisen natürlich gerne darauf, dass die weltberühmten Märchenbrüder als Professoren an unserer Universität gearbeitet haben. Aber auch die dunklen Seiten der Nutzungsgeschichte des Gebäudes werden am Eingang präsent gehalten. Eine Gedenktafel erinnert daran, dass hier während des Nationalsozialismus Zwangssterilisationen durchgeführt wurden. Die Bibliothek darfst du nur ohne Tasche betreten. Du brauchst also ein 2-Euro-Stück für den Spind, damit du im Untergeschoss deine Sachen einschließen kannst. Wenn du alles verstaut hast, kannst du in die Bibliothek im ersten Obergeschoss gehen. Dabei kommst du übrigens am alten Operationssaal vorbei, der dem Grimm-Haus immer noch ein bisschen Klinikambiente verleiht. Wusstest du, dass das Gebäude deshalb sogar unter Denkmalschutz steht? Der Zugang zur Bibliothek ist frei. Aber falls du mal Hilfe brauchen solltest, sind die MitarbeiterInnen an der Aufsicht immer eine gute Anlaufstelle für alle Fragen. Du hast jetzt also den Standort der für dein Germanistikstudium wichtigen Bücher aufgespürt. Wie du dich hier in der Seminarbibliothek zurecht findest, erklären wir dir im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.